Weniger HP, Regen. Die Schweine. Also ist jetzt Everest Blade auf einmal wieder Viable. Jo. Good job. Ich sehe Eve. Ja, die Eve sieht voll cool aus. Und ein Malsaha Support. WTF. Bis darauf, dass die Leute irgendwie nicht zu wissen scheinen, wo Nippel hingehören. Das ist unglaublich. Das kriegen die beiden fast keine weiblichen. Vielleicht hat sie keine. Vielleicht hat sie keine. Respektier das doch. Keine weibliche. Irgendwelche. Ist ja noch nicht so sexistisch. Vielleicht sind deine Nippel an der falschen Stelle. Jetzt geht aber die Umkehrkutsche los. Ich glaube, ich sage lieber nichts mehr zu dem Thema. Das ist am besten, ja. Fluges Mädchen. Warum sind wir eigentlich schon wieder Purple-Zeit? Wir sind wirklich immer. Ja, deswegen frage ich ja. Ich möchte jetzt einen Jeans von allen am Anfang hören. Direkt im Oil-Chat. Opel for Harmony. Ich glaube nicht. Wie spielt man eigentlich Eve? Triforce Evi Evi Port Baros, jetzt fängt's schon an, ich kann kotzen Kendura vorwärts Ja Wir sind spät jetzt fast schon Hm? Bleib doch in dem verdammten Busch 30 Sekunden zu dem Busch Kendura, welches Problem hast du mit diesem Busch? Ich hab nicht gehört Wir warten nicht, dass wir machen sollen Aha Mach doch Ja, der ist schon weg Könnt ihr eigentlich diesen Kreis um mich sehen? Ähm, nein Wir sollten uns nicht reinstellen Wir kommen noch nicht an ihn ran Bait, seid doch nicht blöd Oder ihr fickt ihn Aber Lasst es besser Ja Ich brauche einen Pool beim Red Mach das, Jan, ne? Dann mach das Werfen eine Axt rein Gibt das noch einen Plan? Total Leine sie doch ab, Evelyn Ja Sapphire Für Divinity Nein, der Axt reicht wahrscheinlich nicht Ich brauche ein bisschen mehr Also Brand, pass auf Wir haben jetzt einen Jungler, ja? Ja Das heißt, du kannst Cover mich beim Blitter im Busch Danke Von rechts oder links gemacht werden Für Vigor Geh, geh Galio Support Graves nach vorne Auf Galio Auf Galio Auf Galio Wo bist du? Wo bist du? Was ist das? Danke schön Bereit, Jan? Nein Warte noch kurz Jetzt Nicht aus dem Busch angreifen Emerald für Insight Ja, geh wie flasht Auf Varus Jetzt nicht mehr Lissin ist hier Vorsicht Komm direkt nochmal Warte Warte Okay Die hat Angst Ich copy, ich copy die bitte Ich glaube sie sieht dich, weil jetzt hat sie sofort wieder Kann nicht sein Kann nicht sein Aber ich kann nicht sein Wenn nämlich Covers geh rein Da sind zwei drin Ja, nur das macht Kill doch was Ja, nur das macht Warte Oh shit Natürlich sind da zwei drin Ich bin da aus dem Platz, aber ich bin tot Ich bin tot Mach nichts Wie viel hast du denn in diesem Busch erwartet? Nein Warum denn? Der Lissin war doch die ganze Zeit da Ja Ich hab sogar im Old Chat geschrieben, in der Hoffnung dass er dann wieder verschwindet Das macht ein Ist es das wert für den first Kill zu sterben? Einer ja, zwei nein Das bleibt Ja Ja Ja, Entschuldigung! Ja, Entschuldigung! Kannst du Gank an, Evelyn? Ja. Kann ich noch. Jetzt läuft er ja. Aha, aha, aha. Kannst du noch Minions nicht sehen? Nein. Wir sind noch Champions. Go, 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 go. Nicht. Nicht. So kommen wir noch gar nicht an ihn ran. Okay, warte, ich komm jetzt mal. Ja. So evil. Okay, sagt Bescheid, ins Los Gänse. Oh mein Gott. Klar wurde ein vermeintliches Leben. Okay, so lange ist es zoned. Ja, aber du stehst jetzt hier auch rum. Und wir sind deutlich... Ähm, Cookie, du musst mal viel weiter nach vorne kommen. Is hin, komm, bitte. Go, go, go! Bin ich da? Okay. Schön. Das ist ja richtig übel. Das ist ja richtig übel. Er darf nicht. Wallis sind top. Ja. Er geht ins Mitte gegangen. Hab ich auch gesagt. Gut, gut. Ruby for Vigor. Hast du auf dem Busch... äh... Flusskopf? Ja. Komm, ich komm gleich in die Mitte. Hindora, bist du ready? Fuck. Ja. Das ist ja sehr übel seit hinten. Der Varus hat keinen Mahnung. Das ist richtig, ja. Aber er hat gleich wieder einen Galio. Schön. Wenn er weiter nach vorne kommt, jetzt Figura. Und jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Der ist Level 2 der Galio WTF. Gerade Level 6 geworden. Ja, wir haben ihn zweimal gemacht. Der ist ja quasi nur... Zuhause... Umstehen. Dann... Spielen wir doch ruhig mal offensiv. Galio! Warum läufst du weg? Kedura, you dead. You dead bro. Dead. Ich bin doch nicht dead. Ich bin doch. Wie ist die in der Mitte? Ich wollte mal schnell den Fluss. Ohne Worts. Ach ja, richtig. Unter... Sag nicht, du hast unter seinem Tower gekämpft. Na klar. Ich muss den Fluss gehen. Ja, push mal raus. Ach so hast du. Ja perfekt. Weg, 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 weg. Ich dachte, ich leg noch mal mein letztes. Ich soll jetzt nicht Ei sagen. Du legst mal dein letztes Ei. Das lässt dich jetzt mal so im Raum stehen. Oh, fast Boots. Fast Boots. Amore for Infine. Ah! Enemy Rampage! You're so squishy! Warum ist Dilly Singer denn auf einer Rampage? The Obo for Harmen. Ja, das ist top. Wir haben bisher drei Kills gemacht. Drei Kills auf unserer Lane, oder nicht? Ey, wir sind auch zu drücken. Der ist so drückt. Der ist so drückt. Wir haben hier gar nicht zwei auf unserer Linken. Es ist mit. Wir haben den Red Kills nicht genommen, Florian. Da hängen wir gleich den, wenn ich hinkomme. Oh, das wäre... Eben nicht! Ich bin wirklich weg. Okay, du bist wieder da mit der Flute. Oh komm, Gallio. Gib ihm den Skillshut. Gallio! Gallio! Ja, ich kam nicht hinterher, weil du es nicht gesehen hast. Ja, ich kam nicht hinterher, weil du es nicht gesehen hast. Ja, ich war genauso geslowt. Ich hab mir nicht mehr Guts. Du warst gar nicht geslowt, ich gesnert. Du warst gesnert, von der Art. Gesnert war ich kurz davor auch, ja. Und jetzt... bei dir ist es neulich. Dora, meinst du, du kannst mal ein Go mitmachen auf den... Komm weiter nach vorne bitte. Ja, komm. Dann los. Ja, passt schon. Reicht, reicht, reicht. An enemy has been slaved. Komm mal, what? Ja, skip nicht. Ja, weiß ich nicht. Wenn du... Dann... Auto-Atticke nicht. Emerald for inside. Geht doch auch. Ja, deswegen wollen wir ja, dass sie jetzt in unsere Richtung pushen. Wir sind wieder zu zweit. Oh, Yves, so manly. Lissinger top. Ja, nehm ich mal deinen Red da. Good job. Oh mein Gott. Sapphire for Divinity. Sapphire for Divinity. Ich hasse das Mudcast. Oh, ich benutze das einfach nicht richtig. Oder beides. Du benutzt es nicht richtig. Oh, der Galio gibt es mir richtig. Oh, der Galio gibt es mir richtig. Und ich habe ihn nicht. Und ich habe ihn nicht mehr zu tun. Unstoppable. Ich muss ihn nicht mehr zu tun. Ich muss ihn nicht mehr zu tun. Ich habe ihn nicht mehr zu tun. So schön schön. Er hat einen Vision-Wort oder so. Hurrican? Ja, keine Ahnung. Er hat's auf jeden Fall gesehen. Mit Clarity. Den Wort, den ich so liebevoll im Fluss platziert habe. Aua. SS-Zopf. Sorry, ich brauche nur Scheiße, Irelia. Ruby, für Vigor. Eigentlich geht's, aber der ließ den Städten. Varus-SS. Brilliantly. Ein Enemy-Game ist hier. Ich weiß, dass der Lissinda ist. Ähm, innerhalb von mir. Oh, Turian. Innerhalb von mir. Ich dachte nicht, dass das zielführend ist, das Ding, aber ich lerne es auch gerade. Wenn du schon davon getroffen bist, dann kannst du nicht mehr davon wegflashen. Nee, er war ja schon unterwegs und ich dachte, dass das dann klappt, aber... Die Städten, komm bitte. Oh ja, sorry, die Städten. Nein, die Städten, komm bitte. Das ist ungefähr von hier. Das weißt du nicht. Die Städten kommen von überall. Das ist Lissinger. Und der Städten. Und der Städten, komm bitte. Und der Städte. Und der Städte. Und der Städte. Wow, du machst der Damage. Und dann nimmst du jetzt nicht. Wir carry'n hier gar nichts. Florian, gerufen! Eve muss uns carry'n. Hast du einen Taufe? Nein, kannst du nicht. Wir sollten gehen, guck' ich. Ich finde es bei dir. Lauf ich. Ich komme in deine Richtung, aber ich bin nicht da. Immer? Äh, Jan? Ja, ich kann. Star von B hilft dabei. Okay, go, go, auf die Irelia. Wir haben alte Drachen. Gib' hier! Dominating! What the fuck? D-d-d-d-dominating! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich komme echt klar. Was denn? Alles, alles. Kendura, hilf ihm! Kendura? Wer ist, wer ist Kendura? Ja. Ruby for Vigor. Shutdown! Ich hab's da gut. Vorsicht, Kendura. War viel zu spät, Kend. Was für ne Route ist denn das, die du da gerade nimmst? Hat funktioniert. Ja. Haben sie mit Schaden? Das hat funktioniert. Ja, sie hätte nach rechts gehen können. Ja, wie viele. Das lässt sich nicht mit dem Tower machen, bevor ich da bin. Schön. Arz. Mit Clarity. Und Galio. Wenn ich rankomme, aber ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Varus, Varus! Cookie! Warum läufst du denn immer weg vor allem? You guys suck. Ey, jetzt, jetzt lohnt's sich's immer besser. Er hat ne Potion angewist, hast du gesehen? Schön, schön, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Schön. Und jetzt weg hier. Ich bin gefeedet! Weg hier! Ja, mach was raus. Macht euren Tower kaputt und helft dem anderen. Okay, jetzt kannst du. Sapphire, vor dem... Ja, wir raumen mal schnell in die Top-Lane. Kein Ding. Ich hab keinen Mana mehr auf. Natürlich nicht, du hast einen Double-Kill machen müssen. Ja, du pusht immer bis zum Tower, ich kann nie gank. Ja, unmöglich, dann lass dich bitte mal bis zum Power. Und Abmarsch. Abmarsch. Also mir ist's egal, dann frag nicht für Gangs, ne? Oh god, von Harmony. Wir sperren mich ja nicht, dass ich keine Gangs kriege, sondern dass die Irelia welche kriegt. Zero Gangspot. Da brauchst du dich nicht zu beschweren, was soll man da machen? Ein Lissinger guckt hier gerade wahrscheinlich gerade nach seinem Red Buff. Wenn du bis zum Power-Push hast du das kein Wunder. Lissinger guckt hier gerade wahrscheinlich gerade nach seinem Red Buff. Hier. Hier. Und jetzt weg hier, weg hier, nach oben, nach oben. Nein, nein, hier, Varus, Varus, Varus. Ich hab noch keinen, ich hab keinen Sun. Fuck. Jetzt ist er bis weit hin. Ja, ich... Mach den, ich tank den Tower, mach den. Nein, nein. Warum denn? Ich hab noch einen Kill gekriegt. Ich hab den Tower getankt, sagte ich. Leute, Leute, Hilfe! Hallo? Nicht, ich werde jetzt den Tower für den nächsten Kill auch noch tanken, sondern ich habe den Tower getankt. Warum hängst du dir den Tower? Wenn ich so squishy bin. So verletzlich. So schwach. So erbärmlich. So erbärmlich. Vorsicht, die Mist. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Better run. Emerald for inside. So haben wir die Creeps anger? Mhm. Oh, die sind wo? Funktional. In style. Hilf dir mal. Hilf dir mal. Hilf dir mal. Hilf dir mal. Hier, 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 hier. Komm. SS zoppen. Haaaah. Oh, du verhörst. Schön, noch einen. Schön, schön, weiter, 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 dranbleiben. Dranbleiben. Ich glaube, er ghostet gerade. Dranbleiben, dranbleiben. Go. Okay, und Abmarsch. Cookie. Cookie. Hallo. Abmarsch. Das gilt an uns. Krieg ich, krieg ich, krieg ich? Ja, von mir auch noch ein paar Heils. Hm, wir stehen an der gleichen Stelle wie vor 30 Sekunden, wo ich Abmarsch gesagt habe. Oh, Cookie. Oh, Cookie. Nehm ihn. Nehm ihn doch rein und endlich. Ist das dämlich? So, können wir jetzt hier rausgehen? Ja. Wieder zurück auf die Botlane gehen, weil unser Tower ist gerade gefallen. Ja, chill. Und? Einen Kegel kriegt. Haben wir. Malsa erlebt. Tauer ist mehr wert als hier. GG. Ich gehe mal Richtung Bord. Nein, nein, wir gehen. Nein, SS. Ich will mich gleich Matsche. Kein Geld für nichts. Jungle SS oder wovon redest du? Alles SS. Was ist das? Wir machen den Jank? Wir wollen kaum, wenn drei woanders sind. Aber ich wurde mal. Brilliant. Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein goodness. Push die, farm die Botlane. Du hast gerade alle Zeit der Welt. Komm, zwei Mitte. Hm. Hm. Ruby for Vigor. Bitte SS sagen. SS Wort, Eric. Ja, danke. Irgendwer kommt nicht wieder hoch. Wir sind immer noch da. Alle sind immer noch da, Jan. Die liegt zurück. Ja, okay. Du ziehst dich nicht zurück. Gigi. Jetzt wirst du die Tower behelft. Gigi. Gigi. Du darfst nicht gesehen? Danke. Wir sind komplett raus. Ruby for Vigor. Hier ist der Schuss. Du darfst nicht raus, einfach ihn weg. Komm schon, komm schon! Okay, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Okay, man wird gar keine Einheit gehabt. Geht. Wenn es nicht garantiert ist, nicht flashen, um einen Kill zu kriegen. Vorsichtlich, Singer kommt. Hier, Finn, kommt euch. Also ihr seid ja gleich tot, ne? Das ist ja auch eine Info. Ihr seid ja immer noch nicht weg. Richtig. Machen wir einen Dragon? Nein, wir gehen jetzt erstmal ein Stück zurück. Ja, zum Dragon beispielsweise. Nicht, wenn hier drei Leute in unserer direkten Nachbarschaft sind. Ja, machen wir ihn mal her. Für Divinity. Vorsichtlich, Finn, kommt zu uns, wenn er... Ja, komm. Go, go, go! Ey, jetzt ist er alleine. Jetzt könnten wir ihn tun. Und wir gehen. Und wir gehen. Und wir gehen. Ja, witzig sind. Das eben war er alleine. Das eben war er alleine. Du musst einfach nur schneller reagieren. Ich muss reagieren, denn bitte. Du reagierst 50 Sekunden später. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast gesagt, lass uns gehen, nachdem du gegangen bist. Du warst schon weg, als du gesagt hast. Also bitte sag mir nicht, ich muss da was machen. Scheiße. Vielleicht hör ich einfach nicht auf dich, wenn du sagst, lass uns reingehen. Weil die waren nämlich alle in der Reaktion. Du kannst es dir auf dem Replay angucken, wann ich was gesagt habe und wann deine Reaktion dazu kommt. Ja, die sind halt so blühen. Ruby for Vigor. Du kannst du gar nicht mehr. Ne. Also nicht viel. Ich habe eine Reaktion, ob es wirklich eine Reaktion ist. Cooldown Reduction hilft. Okay, jetzt machen wir nochmal ein Pong. Oh, Bot Lane ist noch nicht da. Demo für Insight. Wollen wir den Malzahammer kommen, ne? Fragezeichen Glaub ich, dass wir den noch machen können. Ja, so ein Lot of Ages. Versuchen wir es doch. Ja, ich komm doch wieder nicht ran. Ni Sin, komm da unten oder mach den Dragon alleine? Hey, dammit. Okay, passt. Richtung Dragon, bitte. Ni Sin, mach den Dragon! Ja, ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Ja, Varus. 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 Tötet Varus. Schön, schön. Weg damit. Weg damit. Dankeschön. Und Dragon? Ja doch, direkt hinterher. Warum nicht? Wir können's ja. Langsam, ne? Er hat immer noch ein Ding drauf. Okay, Kindura geh mal ein bisschen weg. Oh. Wir haben ihn nicht bekommen. Jetzt nehmt ihn wenigstens auch mit. Wie ist er bitte rübergekommen? Ich weiß nicht, ich hab das Ding auch nicht fliegen sehen. Er hat ein Wort gesetzt, das hat er bei mir auch gemacht. Oh, stimmt. Nein, er ist doch irgendwann hingesprungen. Nein, du kannst ein Wort setzen, zurück rüber. Hat er aber nicht gemacht. Er hat kein Wort gesetzt, meine ich. Er stammt, glaube ich, direkt an ihm irgendwie die ganze Zeit. Er ist über die Warte gekommen. In the crowd. Er war einfach auf der anderen Seite sehr auf die Mauer. Hast du gesehen, dass er drin stand? Rechts müssen wir mal... Ja, ich brauche noch 30 Gold. Ich bin noch weit, weit weg. Aber du bist ja stark. Ach so, es ist Galio, ja richtig. Galio, der die ganze Zeit nicht im Spiel ist. Herbert? In Clarity? Nein. Ja, dann sind wir in der Mitte. Könnt ihr irgendwer Hilfe bekommen? Komme. Wir pushen hier raus und kommen dann auch. Graves? Das ist eigentlich Top-7, sorry. Ruby, Graves? Ja? Kommst du auch in die Mitte. Aha, warum nicht? Weil ich die Wave noch pumsche, sie ist immer bis dahin und dann geht. Hast du Kendura gehört von? Ja, und? Wo ist die Rede hin? Da. Kann mal jemand da hin? Oh, w- Fuck! Hilfst du mir! Wie denn? Wie denn? Wie denn? Can't help him. Bissinger? Er hat dein Ding auf mich geschossen, als unsichtbar war. Okay. Ja, versuchen wir es mal. Hat Brandt dein Ult gemacht eben? Nein. Ah, mach das schein. Ich bin raus. Gucke, ich weiß nicht, ob du da bleiben solltest. Läuft denn? Gucke, ich habe leider wieder verlassen. Nur zurück. Du hast Bitte Schuhe. hadn´t gelacht. Willst du jetzt irgendjemand hinterher trainen? Ja, eigentlich nicht. Willst du jemand hinterharten? Eigentlich ja. Varus, Varus! Oh mein Gott! Ich bin am anderen Ende der Karte! Wow, was war das? Das war der Kick, man! Komm nicht hinterher! Go! Go, go, go! Wir hatten zum Muppet, den früher sagen müssen, dann wäre ich auch durchgegangen. Okay, Abbruch. Kriege ich denn Blue? Oh, Blue. Da brauchst du nicht. In einem Brand, aber in einem Brand da, okay. Blue ist nicht da. Nichts ist da. Ich wollte Barren. Ja, wir werden machen. Warum? Wenn du ihn tankst? Irelia. Wo ist Irelia? Hinter uns. Was? Macht sie doch! Macht sie doch! Oh Gott, Hayden, vielleicht hat sich eine kleine Range. Fuck. Hier, Irelia, nehmt sie euch! Mit dem Maut? Oh, 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 oh. Ja, Leute. Jetzt bin ich tot. Oh, warte. Warum dreht ihr alle um? Was hast du dir dabei gedacht? Wir dachten wirklich, wir tauern deinen Irelia. Wir dachten wirklich, wir tauern deinen Irelia. Doch, genau das dachte ich eigentlich, weil es hätte kein Leben. Okay, dann... Ja, und alle anderen waren da. Hier, man tauert Irelia nicht. Man kriegt einfach nicht mal das rein. Standen hier vier Leute von uns? Sag ich das richtig? Ihr seid zu viert und sagt mir, wir tauern deinen Irelia, die 400 Leben hat. Sie hat keine 400 Leben. Okay, 700. Du sagst mir, das hätten wir nicht geschafft. Oh, Leute. Sag ich dir zu 100%. Okay. Hätten wir nicht, weil die anderen gekommen sind. Wir wären alle wieder gemacht worden. Da war nur ein Malsacher. Und wo dran bist du gestorben? Ein Malsacher und Irelia. Sie waren zu viel, Zeug. Nein, waren sie nicht. Wer hat denn hier geworden? Nicht, weil da mit dem Malsacher entstand. Sie willst mich verlassen. Für Divinity. Ehrlich, ich kann's nicht mehr ficken. Sorry, es ist mein Fehler. Ich hab viele Fehler gemacht. Ja, und ich wurde auch von viel gedacht. Galio kann immer töten, wenn hier jemand anderes ist. Ja. Hm. Hier ist jemand anderes. Ich bin da. Wenn du einen Malsachrafen hast. Zolodela auch. Kein Problem. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Verwende dein Malsachrafen vielleicht nicht zu sehr auf den Creeps, als mehr auf Helden. Ja, ich hab's schon befunden. Wird mir auch immer gezogen. WTF. Fuck Ich war jetzt im Top gelaufen, war nicht aufgetauscht, hinter euch die Zinn Ebt ihm doch, haut doch noch auf die Füße Dragon is up Die Zinn läuft glaub ich zu mir Ja Auf die Füße, alles, auf die Füße Ich hab nichts Tötet sie doch einfach alle Tötet sie doch einfach alle Leute, ich kann da nicht mit, nur da drin rein Okay, ich kann da hin Oh, guck hier Hier doch Okay, kannst du Top gehen? Ja, gleich Hier kannst du Top gehen Hier kannst du Top gehen Hier, der Cookie geht Kann gleich Ja, super angeboten, wir sind jetzt wieder nur zu zweit hier Jetzt Jetzt ist egal Jetzt ist egal Ich Oh, äh Aber die Frage ist, ob sie sofort kann und ich Ich geh mal behe So nah was Oh Oh Ach, Schätzchen, das ist nichts passiert Wo sind die alle? Trag ich mich auch gerade Baron? Nein, ne, Varus ist unten Ruby Ruby von Vigor Wir wissen, um mal zu sein Oh Blut Larger Oh Ich Klack ich Ja, das ist Entsache Wann hab ich dran gedacht? Ähm, Cookie, Cookie, Cookie! Oboe, vorhanden! Ich hab meins dann gesetzt, man. Er ist nur in der... Als es im Flug war geflasht. Die Sin ist hinter mir. Neh, mich wohl, ja. Ich bin klein und verletzlich. Varus kommt oben rum. Hier, von hinten, von hinten. Leute! Malzahar, Malzahar. Wow, leckst das bei mir. Irelia, bitte Irelia. Ich hab nicht wirklich gesehen, dass ich dran gegen den Kampf gemacht habe. Guck, die laufen. Ja. Ich hab mal eine Sekunde Stun, Olaf. Gut, sehr schön. Alter, das ist das dritte Mal, dass ich versuche, meinen Stun zu smartcasten. Das ist das dritte Mal. Das ist das dritte Mal. Ist immer außer Sicht. Das Sie gibt mit Ola Dos. Ist das zum center. Das frameworks destell. Sport ist. Ist zu deritung, dass es nervös ist. Oh, ich weiß schon. Die Dura halte ich bereit, dass sie sofort wegzugehen. Cookie, komm mal zum Luger. Geh weg, Luger. Hi, Galio. Hier ist Galio. Zum Dragon. Ja, wir können, wir. Wir können nicht sein. Wir können sie hier reinbaiten. Okay, sie kommen doch nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was sie tun. Äh, Varus. Galio, man. Galio. Malte, hast du viele Ziele. Cookie, wo das zu lang ist. Dragon, Dragon. Irelia ist links oben. Los, Gobo. Direkt raus. Oh. Seck hier. Okay, hier, hier, hier. Vielleicht kommen sie vielleicht. Sie kommen nicht, okay. Sie kommen nicht, okay. Ist ja mal aus. Mitte. Push die Mitte raus. Schauen wir den Wettbewerb. Okay, top. Können wir nicht Baron? Wir können jetzt natürlich schnell Baron versuchen. Baron ist... Warten wir, ich dachte, Baron war tot. Ich hab einen Ward eingesetzt, kurzweil nicht da. Erzähl mir jetzt keinen von Baron. Äh, Baron, zwei sind auf der Vortlade. Wir wären dann jetzt alle. 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 Ja, dann müssen wir warten. Ja, dann müssen wir warten. Ich hab keinen mehr. Aber es ist wahrscheinlich nicht. Ich hab zwei Wards. Sapphire. Wir kommen. Kommt euch mal bitte alle hier zusammen hin. Irelia. Schön. Jetzt, jetzt Baron. Ich denke ruhig. Schön. Und ab. Weißer haben wir hier. Oh ja. Weißer haben wir die Bro. Wow. Ah. WTF. Siehst du? Jetzt hast du dir das Bot-Game gespart. Das ist doch super. GG. Aber nicht zu ahnen. War noch... War noch ein bisschen offen. Ja, stimmt.